Summen kürzen nur die Dummen. Mal ganz kurz, warum das wirklich so ist. Ich habe hier eine Summe. Summe ist das Resultat aus der Plus-Operation. 4 plus 2 ergibt eine Summe, das ergibt 6. Und jetzt gucken wir uns das mal an, wenn ich hier nur die eine 2 oder nur die eine 4, nur die eine 2 herauskürze, dann entsteht hier A ist gleich 4 plus 1 durch 1. Durch 1 kann ich mir schenken, also müsste das 5 sein. Das geht nicht. Mal ganz kurz gezeigt. Ich muss zuerst, und das zeige ich erst mal hier unten, bevor ich dann kürze, beachten, dass auf einem gemeinsamen Bruchstrich, dass praktisch diese Rechenoperation hier oben wie eine Klammer wirkt. Das heißt, ich müsste eigentlich, ich schreibe es mal als neue Zahl, 4 plus 2 zuerst ausrechnen. 4 plus 2 ergibt aber 6 und dann durch 2 teilen. Die Profis teilen nicht mit einem Doppelpunkt, das ist eine Textschreibweise oder von, naja, von den kleinen Klassen. Aber jetzt wissen wir, aha, A ist 3 und das muss auch rauskommen. Dahinter steckt eine ganz einfache Rechenregel, die heißt Clubs. Was dahinter steckt, siehe Links, in diesem Fall siehe Link, ich werde zum Schluss hier einen Link dazu anfügen. Und zu anderen solchen Tricks und Kniffen, wie man ganz viel und ganz schnell etwas lernen kann. Ganze DIN A 4 Seiten auswendig und so weiter. Aber zurück zum Kürzen. Wenn ich hier kürzen möchte, kann ich folgendes machen. Ich sage, ich fange erstmal an und sage, 4 plus 2 ist 6. Und jetzt habe ich hier, das ist wie beim normalen Kürzen, ich streiche das, was nicht mehr gilt, durch, schreibe das Neue hin, was gilt. Und jetzt kann ich hier wirklich drin rumkürzen und kann sagen, okay, das beides geht durch 2. Also 6 durch 2 ist 3 und 2 durch 2 ist 1. Jetzt habe ich ganz normal gekürzt, also A muss dann 3 durch 1, 3 Eintel, also 3 ergeben. Wie das mit der Bruchrechnung überhaupt funktioniert, schaut mal auf diesen Links, die ich hier überall dann anfüge. Da gibt es einen ganzen Kurs, wie man gut mit, also entweder hier oben der Link, die Videos, die warten dann hier, wenn man hier draufklickt. Beziehungsweise zum Schluss füge ich die Links an. Hier gibt es einen ganzen Kurs, nennt sich Massiva of Online Kurs oder ach, MOOC, kurz abgekürzt. Ich komme jetzt nicht auf die Abkürzung, unwichtig. Da wird zum Beispiel Bruchrechnung extra behandelt. Wenn man das also Schritt für Schritt durchgeht, kann man Bruchrechnung hinterher. Und wie gesagt, zu Clubs gibt es dann auch noch was. Also Summen kürzende Dummen heißt, aus einer Summe, Resultat von einer Addition, darf ich nicht einfach einzelne Elemente rauskürzen, dann kommt Quatsch raus. Das sehen wir hier an dem Beispiel. Gut, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Bis dann im nächsten Video. Ich wünsche euch viel Spaß beim Verstehen. Tschüss, tschüss.